Die gespeicherten Daten sind weg. Das ist wohl unbestreitbar eines der Horrorszenarien, die man sich als Nutzer von Cloud-Speicherdiensten vorstellen kann. Für einige Nutzer von Google Drive wurde das zur bitteren Realität. Und das sind gar nicht so wenige, wenn man sich den Markt mit Cloud-Speicherdiensten anguckt, dann steht Google Drive da derzeit, zumindest laut Statista, auf Platz 1 mit über 31% Marktanteil. Die Plätze 2 und 3 mit Dropbox und Microsoft OneDrive sind da schon deutlich weiter hinten. Die aktuellen Datenverluste wurden erstmals am 22.11.2023 öffentlich bekannt. An diesem Datum schrieb das Ganze ein Betroffener in die Google Support Foren, da der ein Thema eröffnet und sagt, dass ihm sämtliche Daten seit Mai 2023 fehlen, also seit sechs Monaten an Inhalten. Er habe sie nicht selber gelöscht und daher ist auch der Papierkorb leer, wo sie ansonsten landen würden. Bis hierhin ist das noch recht unspektakulär und man könnte wahrscheinlich von einem Nutzerverschulden ausgehen. Es gäbe zumindest viele Szenarien, wie zum Beispiel Schadsoftware, die das noch erklären könnten. Es gibt aber mehrere Besonderheiten, die ziemlich klar zeigen, dass der Nutzer hier mit hoher Wahrscheinlichkeit unschuldig ist. Der erste Punkt ist, dass er nämlich sagt, in den Aktivitäten, also was sich da zuletzt verändert hat, was gelöscht wurde und so weiter, da stehen die fehlenden Daten nicht drin. Das hätte aber der Fall sein müssen, auch wenn ein Chartprogramm zum Beispiel die Daten löscht und den Papierkorb leert. Der Geschädigte hat sich also an den Support von Google gewendet, dort hat man eine Wiederherstellung versucht, aber ohne Erfolg. Anschließend wurde ihm gesagt, er soll sich an die hauseigenen Entwickler wenden. Auch das hat er gemacht, von denen sei aber überhaupt keine Antwort bekommen, er weiß also nicht, wie ist da aktuell der Stand und folglich hat er wohl aus Verzweiflung diesen Forenpost erstellt. In diesem meldeten sich auch noch einige weitere Nutzer zu Wort, die ebenfalls von Datenverlusten berichten. Vereinzelt wird sogar behauptet, dass mehrere Jahre an Inhalten verloren gegangen sein sollen. Die meisten sagen jedoch, dass es irgendwann Mitte, Anfang des Jahres angefangen hat, also ungefähr so plus minus ein halbes Jahr. Etliche Tage lang gab es nur mehr Nutzerbeschwerden, von Google selber passierte nichts. Das änderte sich erst am 27.11. Da wurde geantwortet, dass man die Probleme bei einer begrenzten Anzahl an Nutzern in Kombination mit Drive4Desktop bestätigt und weiter untersucht. Drive4Desktop ist eine Anwendung für Windows und Mac, die kann man sich lokal installieren, damit er eben die Daten synchronisiert, also lokale Daten in die Google Cloud ablegt und umgekehrt. Für die Information enthält der offizielle Post von einem Google-Mitarbeiter aber nicht. Man soll die Verknüpfung in der Software mit dem Google-Konto nicht löschen und auch keinesfalls den lokalen Cache-Ordner, also wo der Dateien, die er runtergeladen hat, zwischenspeichert. Wer die Möglichkeit hat, dem wird sogar empfohlen, diesen Ordner sich einmal zu kopieren, damit er auf jeden Fall gesichert ist. Google selbst schien noch nicht mal die Ursache wirklich verstanden zu haben. Folglich gab es auch keinerlei Lösungsansätze. Das wurde zum Teil scharf kritisiert. Einige Nutzer haben nämlich geantwortet, dass sie gar keinen Desktop-Client verwenden, sondern das Ganze nur im Browser zum Beispiel nutzen und trotzdem vom Datenverlust betroffen sind. Da sich immer mehr Nutzer über Datenverluste in der Google Drive Cloud beschwerten, haben vor allem in den letzten Tagen einige Medien die Berichterstattung darüber aufgenommen. Google selbst reagierte auf Medienanfragen, die nach einer Erklärung und auch einer Lösung fragten, nicht. Ein Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung verunsichern. Durch diese lange Wartezeit und die wenigen Informationen haben manche Nutzer selbst Hand angelegt. Ein Forumsnutzer zum Beispiel hat zwei Tage investiert, um den Inhalt seines Google Drive des Partners wiederherzustellen. Dafür musste er eine ältere Version aus dem Internet suchen, die Installieren sowie diverse Dienste und Aufgaben unter Windows abschalten, um die automatischen Updates zu umgehen. Seine Experimente deuten darauf hin, dass die aktuelleren Versionen von diesem Sync-Client ein Fehler enthalten, wodurch einige Dateien gar nicht erst in die Google Cloud hochgeladen wurden. Lokal sieht man sie dann auch nicht mehr, obwohl sie sich aber wohl noch im Cache-Ordner von der Software befinden. Doch bei solchen inoffiziellen Hackstar ist Vorsicht geboten, von Google selbst gibt es bisher kein Workaround und auch keine Lösung. Dass es mit dem neuen Synchronisations-Client Probleme gibt, das haben sie inzwischen bestätigt, allerdings eher stillschweigend in einem anderen Forum-Thema. Dazu bleibt offen, was das Problem bei dem Teil der Nutzer ist, die gar keinen Sync-Client verwendet haben, sondern Google Drive im Browser nutzen. Auch dazu hält sich Google bisher bedeckt. Und das ist nicht alles. Google zeigt sich hier nicht nur langsam und eher passiv, obwohl gar nicht so wenige Nutzer betroffen zu sein scheinen. Am 1.12. hatte das Thema fast 60 Antworten. Dazu gibt es oben einen Knopf, ich habe die gleiche Frage, also in dem Fall das gleiche Problem. Da hatten bis zum Schluss über 500 Leute draufgeklickt und man kann hier über Archivseiten auch sehen, dass da zum Beispiel in rund 3 Stunden 12 dazugekommen sind. Das ist nur ein einziges Thema. Nicht jeder postet in dieses Thema oder drückt den Knopf, sondern versucht vielleicht direkt den Support zu kontaktieren. Daher wird die Dunkelziffer deutlich höher sein. Doch auch hier ist noch nicht Schluss. Im Verlauf des 1.12.2023 schien Google genug von den zahlreichen Nutzerbeschwerden zu haben, die sich in diesem Thema sammelten und löschte daher schlichtweg im Verlauf des Tages das komplette Thema. Seit dem späten Nachmittag zeigt der direkte Link nur noch eine Fehlerseite, dass die Seite nicht verfügbar sei. Mal kurz fürs Protokoll, wir scheißen voll auf euch. Wir können das nur noch dank Archiv.org sehen, das ich hier auch im Video verwende. Die haben das nämlich glücklicherweise einige Stunden vor der Löschung nochmal in einem relativ aktuellen Stand aktualisiert. Natürlich sind die Probleme deswegen nicht weg. Es gibt auch weitere einzelne Themen, wo man jetzt aber teilweise nicht sieht, ob das wirklich von diesem Problem kommt oder ob das teilweise auch Nutzerfehler sind. Jedenfalls ist dieses große Sammelthema nun weg, wo man sehr leicht sehen konnte, wie umfangreich das Problem ist und das auch von vielen Medien verlinkt wurde als Quelle. Die Reaktionen zeigen, dass hier nach wie vor der Irrglaube herrscht, bei Cloud-Diensten müsse man sich um nichts kümmern, außer höchstens eine Rechnung bezahlen, die aber auch viel günstiger ist als alles andere. Beides wird gerne in der Werbung zumindest suggeriert. In der Praxis stimmt oft nicht mal eines davon. Erst im Kleingedruckten sieht man dann oft, dass die Anbieter weder Zuverlässigkeit noch Verfügbarkeit garantieren oder wenn überhaupt dann nur in einem sehr eingeschränkten Rahmen. Microsoft zum Beispiel dokumentiert das sogar recht anschaulich in ihrer Dokumentation zur Azure Cloud. Da gibt es eine Seite, gemeinsame Verantwortung in der Cloud und da hat man eine schöne Tabelle, wo man sehen kann, welche Person ist bei welcher Art der Dienstleistung für was verantwortlich. Und selbst bei der extremsten Cloud-Art, wo man möglichst viel abgibt, also SaaS, Software as a Service, da ist immer der Punkt Information and Data, also eure Daten, die liegen immer in der Verantwortung des Kunde, egal welches Hosting-Modell. Das Einzige, was man hier in den Cloud-Anbieter outsourced, ist die Verantwortung für die Anwendung, die man nutzt, also zum Beispiel einen Speicherdienst zum Daten ablegen, plus eben die ganze Infrastruktur, die dahinter steht, Server, Betriebssystem, Netzwerk und so weiter. Funktionierende Backups sind daher für wichtige Daten immer essentiell, egal ob das selbst gehostet ist oder ob es outgesourced ist an eine öffentliche Cloud, private Cloud, spielt alles keine Rolle. Komm mir nicht mit DGWs, die haben keine Gültigkeit, weil ich die gar nicht lebe. Und auch das ist nun die Spitze vom Eisberg. Es gibt eine Reihe an weiteren Risiken, die es teilweise schon immer gab. In der Cloud verschwinden diese nicht, nicht im Gegenteil, es kommen oft sogar neue hinzu. Zum Beispiel durchleuchten große Cloud-Anbieter schon seit Längerem freiwillig und regelmäßig Kundendaten, wenn diese nicht verschlüsselt sind. Wird aber etwas angeblich Verdächtiges gefunden, dann sperren sie schon mal vollautomatisiert das komplette Konto, natürlich ohne Vorwarnung. Das hat gerade bei Google und Microsoft noch viel weitreichendere Konsequenzen, weil man dort ein zentrales Konto für so ziemlich alle Dienste nutzen kann, die dort angeboten werden. Bei Google sind dann zum Beispiel auch die Mails von Google Mail Web, die Kalendereinträge, gekaufte Android-Apps und so weiter. Wenn Microsofts Kontozwang nachgegeben hat, der kommt sogar im schlimmsten Fall nicht mal mehr an seinen Computer, auch wenn die Programme und Daten darauf noch offline liegen, aber eben mit Microsoft-Konto zur Anmeldung ist man darauf angewiesen, dass dieses Konto nicht gesperrt wurde. Es gibt hier unzählige Beispiele, selbst wenn aufgrund solch eines falschen Verdachtes eine Anzeige und damit ein Ermittlungsverfahren gegen den Inhaber des Kontos ins Rollen gebracht wurde und die Polizei anschließend die Ermittlungen einstellt, weil es ein falscher Verdacht war, weigern sich solche großen Anbieter wie Google, Microsoft und Co. die Konten zumindest wieder freizugeben. Ohne Sicherung sind dann persönliche Erinnerungen, gekaufte Inhalte und alles andere, was da eben noch mit dran hängt, verloren. Ich kann daher hier nur den Rat geben, den ich schon seit längerem sage, nämlich Drittanbieter-Cloud-Dienste nicht leichtsinnig zu verwenden und sich vor allem nicht zu sehr auf bunte Werbeversprechen zu verlassen. Wer das nicht selbst betreiben kann oder möchte, der sollte sich zumindest den Risiken im Klaren sein und sich dagegen schützen. Dazu gehört unter anderem eine Backup-Strategie. Ansonsten besteht ein erhebliches Risiko, dass Inhalte verloren gehen. Dieser Fall ist nur ein Beispiel von vielen. Alleine Google hatte schon diverse Ausfälle, wo teilweise auch immer wieder Daten verloren gegangen sind. Diese Kunden mussten teilweise schmerzlich erfahren, dass auch ein RAID eben kein Backup ist. Auch keine neue Weisheit, aber manchen ist das eben anscheinend noch nicht so ganz bewusst, ebenso wie hier bei den Cloud-Themen. Nun kannst du gerne auf uLabs.de ins Forum oder hier in die Kommentare schreiben, wie du deine Daten sicherst, was du von der Google Cloud hältst und ob da Google mehr hätte tun sollen oder ob das so für dich in Ordnung geht. Ich hoffe, dass bei dir keine Daten verloren gegangen sind und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.